Was haben wir für Mates? Was haben wir für Mates? Also Monopoly macht Spaß mit Mausen, so groß. Wollt ihr wechseln? Wollt ihr mitspielen? Habt ihr Bock? Halt's Maul, Junge. Ey, das macht ultra Spaß, ne? Der ist scheiß Monopoly, Alter. Oh, sorry. Tut mir leid. Komm vorbei, ich bin schon 18. Ja. Wäre schon ein Traum, wenn der jetzt pieken würde. Ja moin, doch, okay. Okay. Eine Sekunde. Oh, wir machen das noch. Okay, sie sind beide dort. Ist sie rübergegangen? Oh mein Gott! Let's go, Digga! Wuh! Buh, 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 buh! Mashallah! Hab ich Glück gehabt mit der, Alter. Schmarrn! 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 Ich geworfen. Ich wollte Notation machen. Ja, safe. Bei Service des Notations. Oh mein Gott, der stand in der Cam oder so. Ja, Moin. Eine Sekunde lang angeguckt. Wie er da piekt bis zum Kopf. Geil. Na, alles gut. Warte, Stroh nimmt schon. Warte. Ja, ja. Gleicher ist es. Ich komme nicht mit der Drohne raus. Guck mal. Na, guck mal. Was machst denn du her? Kriegst du überhaupt was zu schießen? Ach du Scheiße, Alter. Du Luftpump. Zehn Stunden später. Links ist frei. Kann ich gerade nicht gehen. Ist alles safe. Na ja, zum Beispiel schon drin. Hedgesuch. Hedgesuch. Hinter der Bombe ist er noch. Hedgesuch. 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 Loll. Hedgesuch. Hedgesuch. Billardtisch ist drin. Inside. Bei Bar. Bar. Äh. Echt? Kommt? Schön. 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 Oh, der ist schon mal runtergefallen. Ne, bei mir nicht so. Geil, Alter. Wie das aussah. Darauf erst mal einen fetten Zug. Leute, der Monty ist irgendwo hinten. Leute, was macht ihr denn alle, Mann? Monty ist vor mir, Mann. Hedgesuch. Hilf mir jetzt. Jawoll. Geil. Nee, Digga. Ich geh da nicht. Schlang, Digga. Ist mir egal. Geil. Ah, hier. Der ist Arcaves, der ist Arcaves, der ist Arcaves. Arcaves auf dem Markt. Nice. Good job. Nice. Einer ist hier los. Chill, 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 chill. Nee. John, warte, ich komme mit Drohne hoch. Ich fahre Windle Stairs hoch. Einer ist auf Windle Stairs. Lieschen. Sag mal. Ja, moin, John. Geh da einfach rein, Digga. Ich hab unten C4. Ich fahre Windle Stairs. Naja, ist gut job. Ich blende. Ich blende. Warte. Nice. Stark, Leute. Er sagt, erste Runde ist los, Alter. Halt's das Maul, Junge. Der hat mein Leben gerettet. Boah, die Ashe auch noch, ey. 14 AP, ey. So sick. Oben, bei dir. Keine Ahnung. Schön, wir haben das gemacht. Wirklich schön, ey. Super. Super. Nice. Natürlich. Oh, meine Lehrerin ist da. So, hallo. Auf die Minute ist sie da. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch. Ja. Eine schöne Brause. Hatte mal. Hättest gegessen und was wir alles gefunden haben. Ja, haben wir alles. Die redet voll wunderbarisch. Eine Stunde durch Schneegestöber gestapft bei uns in Ladenburg. Die redet richtig wunderbarisch. War wunderschön, bis auf das, dass ich keinen Schirm dabei hatte und keine Mütze auf. Und dann nur so Ohrschütze. Aber es war einfach toll, gell. Wenn man so zwischen frischen Schnee läuft. Ja. Was? Ich denke. Geil, Alter. Einfach nur geil. Ich hab mir jetzt mal einen warmen Kakao gemacht. Ja. Ja. Zu wild. Oh, das ist Unterhaltung pur hier. Ach du Scheiße. Schä. Das ist wirklich schä. Ein schöner Kakao. Jetzt geh mal zur Sache. Ah, die haben Kapkan. Aufpassen an der Tür. Jo, alles klar. Endlich connected mal hier was durch, man. Endlich hast du dort einen Kill geholt. Ey, die hat Gruppenräume erstellt, gell? Ja, musst du jetzt was schaffen. Ich bin in Gruppe reingegangen und bin alleine drin. Wo sind die? Geh vor. Geh vor. Geh vor. Ach du Kacke. Oh mein Gott. нали. Sch Riley Educationson. Schwer den aus, besser den aus, besser den aus. Jetzt bleib hier stehen. Ja, okay, John. Der hat den. Ichyhe. Jetzt hast du den. Okay, lass ihn rein. Lass ihn rein. Ich will den Kill machen. Ich hab Gour Account verloren. Schön gemacht. Junge, seid ihr ehrenlos, Alter